Was ist ein Selbstwertgefühl, das von unserer Seele entspringt? Und was ist ein Selbstwertgefühl, das von unserer Persönlichkeit kommt? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Wenn es unser Wunsch ist, wirklich unseren Seelenplan zu erfüllen und wir unseren Beitrag leisten wollen für eine Veränderung hier auf der Erde, dann wird uns die Antwort auf diese Frage so viel dabei weiterhelfen. Wie können wir eine Revolution in unserem eigenen Leben kreieren? Und was kann uns dabei helfen, uns auf diesem Weg von den alten Glaubenssätzen, die wir von unserer Familie und von der Gesellschaft übernommen haben, zu befreien? Darum geht es in unserer heutigen Reise BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Niemand von uns wird mit einem gesunden Selbstwertgefühl geboren. Wir sagen zwar gerne, ich hole mir jetzt mal meine Macht zurück, aber wenn wir jemals wirklich ein gesundes Gefühl für unsere Macht hatten, dann ist es sehr, sehr selten, dass uns dieses genommen werden kann. Sehr, sehr selten. Weil dieses Selbstwertgefühl wird so eine starke Quelle in unserer inneren Welt sein, dass sie schon eine extrem, extrem heftige Lebenserfahrung braucht, damit diese versiegen kann. Aber diese innere Quelle finden wir erst in uns, wenn wir durch einen Prozess des Wachstums gegangen sind. Selbstwert ist daher in Wahrheit eine innere Reise. Und diese Reise, die beruht darauf, dass wir unsere Wahrnehmung von Macht verändern. Am Anfang unseres Lebens finden wir alle unseren Selbstwert erst einmal auf der Ebene unseres Egos, unserer Persönlichkeit. Wir werden geboren und ab da an beginnen wir, unsere Identität zu kreieren und zu definieren, wer wir sind. Das, was uns dabei extremst beeinflusst, ist unser Umfeld. Also, das sind unsere Eltern, unsere Kultur, die Gesellschaft. Sie alle sagen uns immer wieder, wer wir sind und wie wir in dieser Welt dann schlussendlich unseren Wert erhalten können. Dies ist unsere Anleitung und mit ihr fangen wir an. Wir fangen an, einen bestimmten Selbstwert für uns zu kreieren. Und dieser Selbstwert, der beruht auf unserem Ego und auf seiner Macht. Als Kinder lernen wir, dass Macht eine äußere Quelle ist. Wir lernen als Kinder, dass Macht zu haben bedeutet, Dinge zu haben. Und das kommt daher, dass wir am Anfang in unserem Leben ja erst einmal auf der Ebene des Überlebens funktionieren. Wir assoziieren unseren Überlebenssinn mit äußeren Dingen und Dynamiken. Macht und Überleben assoziieren wir als Kinder mit Spielzeug und dann später schauen wir uns an, wie sehe ich aus, wie ist mein Körper, wen kenne ich, welches Auto fahre ich, was immer es dann auch ist. All diese Dinge verbinden wir mit Macht und Selbstwert und sie sind dazu da, dass wir in der Welt nicht ausgeraubt werden. Dass wir nicht psychisch, nicht finanziell, nicht emotional ausgeraubt werden. Das heißt, es sind alles Mittel, mit denen wir versuchen, eine Art Schutzmauer aufzubauen, um nicht betrogen zu werden oder um unsere Geheimnisse zu schützen und um zu verhindern, dass andere uns auf unserem Weg sabotieren oder blockieren könnten. Dann stellen wir uns Fragen wie, bin ich attraktiv? Habe ich eine Position, die die anderen respektieren? Wie viel Geld verdiene ich und wie viel Geld müsste ich verdienen, damit ich die Anerkennung erlange? Diese Dinge definieren erst einmal unseren Wert. Unser Umfeld formt die Idee in uns, dass wir also über diese Wege mehr Macht und damit mehr Wert erhalten können. Das Auto, was wir fahren, die Kleidung, die wir tragen, werden dann immer unsere Wege sein, dieses Ziel zu erreichen. Das macht übrigens Designermode so unglaublich attraktiv, weil über das Label eine Art von Selbstwert kreiert wird. Dann kaufen wir das Label, verbinden uns mit diesem Wert und haben dann das Gefühl, einen bestimmten Status zu haben. Wir bauen uns also eine Machtzone, die uns schützt. Und wir alle beginnen immer am Anfang damit, diese Machtzone mit physischen Objekten zu kreieren. Aber eines Tages passiert dann etwas. Eines Tages passiert etwas, was dazu führt, dass wir erkennen, dass all das nicht wirklich funktioniert. Wir können alles Geld der Welt haben und trotzdem kommt irgendwann jemand und sagt das Falsche. Und wir fühlen uns klein und wir fühlen uns beleidigt. Die kleinsten Sachen, die jemand sagt, können dazu führen, dass wir uns außer uns fühlen. Und dann denken wir, wie kann derjenige das zu mir sagen? Weiß er denn nicht, wer ich bin? Es kommt der Moment in unserem Leben, in dem wir erkennen, dass ganz egal, wie machtvoll wir da im Außen zu sein scheinen, es wird immer jemanden geben, der ein Stück machtvoller ist als wir. Und es wird immer jemanden geben, der nur einen Satz sagen muss und wir verlieren das Gefühl, machtvoll zu sein. Nichts wird gut genug sein, wenn unser Selbstwert sich allein auf das bezieht, was wir haben, was wir besitzen und was wir glauben darzustellen. Irgendwann kommt der Moment, an dem wir lernen müssen, dass unser Selbstwert auch darauf beruht, wie gut wir daran sein können, dies alles nicht zu haben. Und Achtung, das ist ein relativ schwieriges Konzept. Ich meine damit nicht, das dann als eine Art Ausrede zu benutzen, dass man es eigentlich gerne haben möchte, aber es nicht schafft und dann beginnt dies als einen spirituellen Weg zu verkaufen, um so Anerkennung im Außen zu erhalten und darüber ein Gefühl von Macht zu erhalten. Und auch andersrum meine ich das nicht. Das heißt, wenn du alles besitzt, bedeutet das nicht, dass du jetzt alles aufgeben musst oder alles abgeben sollst und dass das diese Lektion dann wäre. Das ist nicht der Punkt. Das, was ich meine, der Punkt ist, ist, ob dein Selbstwertgefühl von diesen Dingen kommt und das, was du denkst, was du bist. Wenn nämlich dein Wert daher kommt, dass du den perfekten Körper hast und dass du die tollen Klamotten hast oder dass du als Erster ins Flugzeug steigen darfst, übrigens spannend, wie wichtig das Menschen ist, könnt ihr mal beobachten, dann wird das echt zu einem Problem. Die Frage ist, wie sehr oder wie wenig du daran anhaftest. Darum geht es eigentlich. Wie sehr lebst du die Wahrheit, dass dein Wert in der Tat von deiner Seele kommt und von dem Respekt, den du für dich selbst hast. Das ist so wichtig. Welchen Respekt hast du dir selbst gegenüber? Wie sehr brauchst du die Anerkennung anderer oder die Anerkennung von einer bestimmten Person? Oder wie sehr versuchst du mit einer alten Wunde die Anerkennung anderer zu erhalten? Manchmal, dann setzen wir unsere Wunden unbewusst sozusagen als eine Art Hebelwirkung ein, um Anerkennung zu erhalten. Dann sagen wir, sag mal, weißt du nicht oder verstehst du nicht, dass ich verletzt bin? Ich glaube, dass ich schon von dir erwarten könnte, dass du mir da jetzt ein bisschen mehr Respekt gegenüber entgegenbringst. Aber irgendwie fühlt sich das ja auch nicht richtig an, wenn wir das so sagen, oder? Weil eigentlich sollte es doch unser Ziel sein, dass wir dafür respektiert werden, dass wir wir sind und nicht für unsere Wunden. Weil sonst werden unsere Wunden zu allem, was uns ausmacht. Das ist dann unser komplettes Gefühl, unsere Identität. Und dann werden sie maßgeblich unser Leben bestimmen. Denn das ist der Punkt, aus dem wir dann unseren Wert ziehen. Und dann wird es sehr, sehr schwer, dass wir die Wunde jemals heilen. Wenn wir diesen Weg einschlagen, dann nutzen wir wirklich den intimsten, den privatesten Bereich von uns, um von anderen etwas zu erhalten. Auf unserer Reise zu unserem Selbstwertgefühl, was aus unserer Seele kommt und nicht von unserem Ego, müssen wir beginnen, unseren Wert aus dem zu ziehen, was wir wirklich sind. Aus unserem Respekt vor uns selbst und unserer Integrität. Und das, das müssen wir uns erarbeiten. Das geht nur, indem wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir versuchen, die Anerkennung von einer einzigen Person zu erhalten, die wir glauben, dass sie wichtig ist für uns, dann wird es reichen, die eine Entscheidung zu treffen, dass wir damit aufhören. Und der Kompass unseres Lebens wird sich völlig neu ausrichten. Du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, aber das kreiert eine massive Veränderung in deinem ganzen System und damit auch in deinem Leben. Oder andersherum. Wenn wir merken, dass eine andere Person ständig um uns herum kreist, voller Sehnsucht, unsere Anerkennung zu erhalten, dann können wir entscheiden, etwas Nettes zu diesem Menschen zu sagen. Und an dem Tag, an dem wir das tun, hören wir auf, das Spiel zu spielen. Und das ist ein grausames Spiel, was wir da spielen. Und wir entlassen die Person aus der Hölle, in der sie sich in Wahrheit mit uns gemeinsam befindet. Denn wenn wir andere am langen Arm verhungern lassen, dann steht dieses Verhalten für unser eigenes, schwaches Selbstwertgefühl ja eigentlich in Wahrheit. Ich weiß nicht, ob es dir einmal aufgefallen ist, aber Menschen, die ein gesundes Selbstwertgefühl haben, die können andere richtig aufbauen. Die können ihnen wirklich eine ehrliche Anerkennung geben für den Ort, an dem sie sich jetzt gerade befinden. Und die haben überhaupt kein Bedürfnis, dass sie sich selbst darstellen müssen, um Macht auszuüben. Was wir auf unserem Weg schaffen müssen, ist, dass unser Selbstwertgefühl aus unserer Seele kommt. Wenn wir es schaffen, diesen Weg der Veränderung zu gehen, dann suchen wir nicht mehr danach, unseren Weg ausschließlich von unserem Umfeld zu erhalten. Dann wird das, was andere über uns denken oder sagen, eigentlich ja nicht mehr wirklich ausschlaggebend für uns sein. Auch nicht unser Status oder die Position, welche wir in der Gesellschaft haben. Dann finden wir eine Kraft, die aus unserer Seele kommt und eine Qualität von Macht, die uns hilft, unser Schicksal ganz anders zu kreieren. Denn dann treffen wir ganz andere Entscheidungen in unserem Leben. Diesem Weg der Veränderung müssen wir nicht nur als einzelne Menschen gehen, sondern auch als Gemeinschaft. Wir sind gerade an einem Punkt angekommen, an dem wir uns sehr genau überlegen müssen, wie wir unser Schicksal gestalten wollen. Wir sind Teil des Evolutionsprozesses, eine Welt zu werden. Und so werden wir auch als Individuen getestet, wie sehr wir bereit sind, die damit verbundene innere Arbeit zu tun. Wir alle müssen einen neuen Weg finden, wie wir einen Selbstwert erhalten, der unabhängig ist von dem, was andere von uns denken und von dem, was uns erzählt wurde, wer wir sein sollten oder was wir tun sollten, damit wir in dieser Welt einen Wert erhalten können. Wir sind an einem sehr, sehr spannenden Punkt angekommen. Wir sind an einem Punkt, an dem unsere Kultur sich verändern muss. Wir haben auf der einen Seite einen Auftrag, dass wir das, was wir an Fähigkeiten haben, so transformieren, dass wir damit einen Beitrag leisten können und damit unsere Verbindung finden zu anderen Menschen. Darüber habe ich auch in meinem Video über Seelenverträge gesprochen und das verlinke ich dir auch hier oben. Wir haben aber auch einen Auftrag von unserer Seele, einen neuen Weg zu finden, wie wir uns wertvoll fühlen können. Wir müssen ein Selbstwertgefühl finden, das aus unserer Seele kommt. Das ist ein Gefühl, das sagt, ich bin wertvoll, weil ich lebe. Und damit ich das werde, was meine Seele sich in diesem Leben vorgenommen hat, muss ich an einen Ort in meiner inneren Welt gehen, wo ich wirklich dieses Selbstwertgefühl aus meiner Seele hole. Und alle, die mir hier gerade zuhören, werden sehr wahrscheinlich genau an dieser Wegkreuzung im Leben stehen. Wir alle kommen eines Tages an diesen Punkt und das Leben zwingt uns, uns auch einmal genau anzusehen, woher wir unseren Selbstwert bisher erhalten haben und ob das gut ist für den Seelenplan, den wir haben, für den Ruf, den wir in diesem Leben haben. Es gibt einige Menschen, die die Kultur und die Gesellschaft revolutioniert haben, wie Martin Luther King oder Gandhi. Sie alle haben eine Sache gemeint. Sie waren in der Lage zu sagen, ich kann mich nicht darum kümmern, was andere über mich sagen oder denken. Ich muss das tun, wovon ich weiß, dass es die Führung meiner Seele ist und ich weiß, dass mein Wert von etwas anderem kommt, als von der Meinung von jemand anderem oder von dem, was einige Menschen in der Gesellschaft von mir denken oder sagen könnten. Um diesen Schritt gehen zu können, müssen wir eine ganz starke Vision haben und eine Idee davon, was wir kreieren wollen, was das Ziel der Transformation sein soll, die wir initiieren möchten, im Kleinen wie im Großen. Wenn wir auf dem Weg nur gegen etwas sind, ist das nicht der Ort, an dem wir mit unserer Seele verbunden sein können. Denn sie will kreieren und sie will das Leben erhalten und dazu gehört eine starke Vision, mutige Entscheidungen, Hingabe, Leidenschaft, kraftvolle Aktionen und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Verstehe mich bitte nicht falsch, wir alle werden immer einen Teil unseres Wertes aus unserem Ego ziehen. Das geht mir ganz genauso. Das ist nicht falsch, da ist gar nichts falsch dran. Das ist in der Tat die Ebene, auf der wir alle beginnen müssen und die uns auch immer ein Stückchen erhalten bleibt. Wir alle müssen einen bestimmten eigenen Wert in dieser Welt finden, der verbunden ist auch mit unserem Umfeld. Das bedeutet, wir setzen uns kleine Ziele und wir erreichen sie in der Welt. Oder wir kaufen das tolle Outfit, was uns gut fühlen lässt. Das ist völlig in Ordnung. Wirklich. Nicht, dass man denkt, dass ich das als falsch darstellen möchte. Es geht nur darum, darauf zu achten, dass es nicht so etwas wird, was wir unbedingt haben müssen, damit wir überhaupt ein Minimum am Selbstwertgefühl haben können, damit wir überhaupt das Gefühl haben, jemand zu sein. Weil dann wird es wirklich schwierig. In unser aller Seelenplan steht geschrieben, wann für uns der Moment gekommen ist, auf eine neue Ebene des Selbstwertes zu gehen. Das ist bei jedem anders, aber es steht exakt drin geschrieben. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, wird unsere Vorsehung ins Spiel kommen und sie wird Ereignisse bringen, die uns genau dorthin führen. Dann kommt die dunkle Nacht und in dieser dunklen Nacht werden unsere alten Konzepte erschüttert und damit beginnt die Suche nach einem Selbstwert, der nicht mehr von außen kommt, sondern tief hier aus unserer Seele. Aber das ist eine Heldenreise und so werden wir uns einigen Archetypen auch in ihrem Schatten stellen müssen. Einer dieser Archetypen ist das Opfer. Wenn wir in einer dunklen Nacht sind, dann kann das Leben uns eine große Veränderung bringen. Entweder eine Scheidung oder es kommt zu einem Jobverlust oder jemand stirbt. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten. Und das kann uns das Gefühl geben, etwas ist nicht fair. Dann sagen wir vielleicht, das Leben ist nicht fair. Und wenn dem so ist, ist, dann sagt das das Opfer in uns. Bitte, bei Archetypen ist es nicht das, was wir sind. Es ist nur das Muster, was in dem Moment aktiv ist und über das wir uns zum Ausdruck bringen. Und wenn wir in diesem Archetypen sind, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass wir gerade dabei sind, durch eine dunkle Nacht zu gehen und uns auf dem Weg begeben müssen, einen anderen Wert aus unserer Seele zu ziehen. Andernfalls wandeln wir auf der Spirale immer weiter nach unten und dann denken wir, dass ja auch das gesamte Universum oder das gesamte Konzept von Gott unfair sind. Und dann kommen wir vielleicht sogar auf die Idee, dass wir keinen Wert haben, dass wir nicht geliebt werden. Dieser Teil hier, der ist mir echt wichtig, weil ich manchmal lese, dass Menschen das Gefühl der Ungerechtigkeit spüren und dann das so schreiben oder so sagen, dass man wirklich merkt, dass es das Opfer, dieser Archetyp ist, der dort aus ihnen spricht. Und ich würde mich so unendlich freuen, wenn dieses Video helfen kann, dem Weg zu zeigen und zu verstehen, was eigentlich gerade vor sich geht und welche archetypische Erfahrungen man gerade macht. Dann kann nämlich genau wieder Wasser unter unser Boot kommen und wir sind wieder verbunden mit dem Fluss des Lebens. Unsere Seele weiß, dass wir geliebt werden, ganz egal, was ist. Es gibt nichts, was unseren Wert nehmen kann oder die Liebe des Universums für uns. Und dieses Wissen, diese Erkenntnis, die führt unweigerlich dazu, dass wir uns auf einer ganz anderen Ebene den Hindernissen im Leben stellen können und stellen werden. Wir werden das Rad des Schicksals endlich drehen. Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir einmal vor, du bist Arzt. Du hast aber absolut nicht den Archetypen des Heiles in dir, sondern du bist in diesem Bereich gegangen, weil deine Familie das wollte. Du hast daraus deinen Wert gezogen. Aber dann, dann kommt der Tag, an dem du merkst, Mensch, das geht nicht mehr. Ich fühle, dass meine Seele krank ist und dass ich nicht wirklich auf meinem Weg bin. Und genau dann gehst du in die dunkle Nacht. Diese alte Identität war also Teil des Erbes deiner Familie. Und nun ist es Zeit, herauszufinden, wer du wirklich bist. Und damit beginnt die Zeit, in welcher du dich deinen Ängsten stellen musst, deinen emotionalen Verstimmungen, den Hoch- und Tiefs des Weges, deinen Unsicherheiten, vielleicht sogar deiner inneren Panik. Und das alles, damit die alte Struktur des Egos zerbricht und daraus etwas Neues geboren werden kann. Und am Ende dieses Prozesses erhältst du auch deinen neuen Ruf. Aber wir wollen gerne immer erst den Ruf erhalten, bevor wir bereit sind, den Weg durch die dunkle Nacht zu gehen. Und das funktioniert nicht, weil unsere alte Identität den Ruf ja gar nicht empfangen kann. Wenn du durch die dunkle Nacht gehst, musst du deinen Selbstwert aus deiner Seele schöpfen. Der andere Weg, der geht nicht mehr. Zurück zu unserem Beispiel, du kannst also nicht mehr zurückkehren zu deinem Status als Doktor. Du musst deine Machtverbindungen damit auflösen und du musst tiefer gehen. An dieser Stelle ist es wichtig, dass du in die mystischen Aspekte des Lebens eintauchst und bereit bist, die Situation erst mal zu akzeptieren. Ich beharre nicht mehr auf meinen eigenen Willen, sondern nehme den höheren Willen meiner Seele und des Universums an. Dann kommt der nächste Schritt der inneren Arbeit. Du wirst dir alle deine Abhängigkeiten ansehen müssen, die dich zuvor in diesem alten Konzept gefangen gehalten haben. Wir sind nicht nur süchtig nach Substanzen, wir sind auch süchtig nach den alten Mustern. Und hiermit stehen drei wichtige Archetypen fest. Der Archetyp des Opfers, der Archetyp des Süchtigen nach der alten Identität und den alten Mustern und der Archetyp des Mystikers. Diese drei, die spielen eine ganz große Rolle, wenn wir es schaffen wollen, unseren Wert nicht nur von unserem Ego zu erhalten, sondern auch von unserer Seele. Wir alle müssen dadurch. Und es wird niemals eine Arbeit sein, die wir vollständig abgeschlossen haben. Der Wert, den wir über unsere Seele erhalten können, kann auf unterschiedlichen Ebenen zu uns kommen. Wie gut du es schaffst, immer und immer wieder durch diesen Prozess zu gehen, wird letztendlich bestimmen, welchen Ruf du erhalten kannst, wie gut du den Ruf annehmen und folgen kannst und damit deiner Mission folgst. Denn deine Entscheidungen und Aktionen, die sind maßgeblich verbunden damit, woraus du deinen Wert siehst. Der Ruf kommt, wenn du dazu bereit bist. So viele Menschen suchen nach ihrem Ruf. Aber es geht dabei um viel mehr als darum, den Ruf zu erhalten. Es geht darum, erst einmal die Bedingungen zu kreieren, in denen wir den Ruf überhaupt erhalten können. Daher rate ich immer, wenn man so sehr nach seinem Ruf sucht, sich auf sein inneres Wachstum zu fokussieren. Das ist der beste Weg, um die Konditionen zu kreieren, die dann den Ruf zu einem bringen. Und wenn man sich fragt, wo fange ich denn an mit der inneren Arbeit an meinem Wachstum, bei den Dingen, die jetzt gerade dir als Herausforderung im Leben begegnen. Ganz konkret da dran. Der Ruf wird empfangen und dafür muss ich ein guter Kanal sein. Das kann mir niemand abnehmen. Ob wir es schaffen, unseren Selbstwert aus unserer Seele zu schöpfen, wird auch bestimmen, wie viel Macht wir in unserem Leben haben, wie mutig wir sind, unserer Intuition zu folgen und damit dann auch unsere Seelenverträge zu ehren. Der Wert, der von unserer Seele kommt, der ist immens wichtig. So wichtig, wenn wir unseren Seelenplan erfüllen wollen. Der Wert unseres Egos, der kommt von außen. Der Wert von unserer Seele kommt von innen. Das ist wirklich der Schlüssel. Wenn Menschen versuchen, ihren Selbstwert zu finden, dann gehen sie oft zurück in ihre Vergangenheit und versuchen dort, ihr Selbstwertgefühl wieder zurückzuerobern. Sie beginnen dann, ihre Eltern in eine Konfrontation zu bringen. Dann managt ihr inneres Kind die Situation oder der Archetyp des Opfers. Wir versuchen dann alles, alles zu tun, um wieder Macht von unserem Umfeld zurückzufordern. Aber genau da haben wir sowieso keine Macht drüber. Das heißt, es ist ein völlig verzweifelter und dazu völlig ineffizienter Kampf, den wir wirklich nur eins können, nämlich verlieren. Wenn wir auf diesem Weg versuchen, unseren Selbstwert zu erlangen, dann jagen wir Wunden hinterher. Wenn wir den mystischen Weg beschreiten und unseren Weg aus unserer Seele nehmen, dann suchen wir nach Selbsterkenntnis. Dann wollen wir wissen, warum wir hier sind und was unsere Seelenverträge sind. Dann wollen wir wissen, welche innere Arbeit es braucht, um diese Seelenverträge zu erfüllen. Was hält dich in deinem Leben jetzt zurück, weil du versuchst, über dein Ego Selbstwert zu erlangen? Wozu fordert deine Seele dich auf, es jetzt zu ändern und eine innere Reise anzutreten, um dort deine Kraft zu finden und das alles, damit du neue Möglichkeiten finden kannst, dein Schicksal zu gestalten? Das ist das Tolle daran. Wenn du beginnst, dir deinen Selbstwert aus deiner Seele zu nehmen, dann wird sich dein Leben ganz anders entfalten. Das bedeutet nicht, dass immer alles einfach sein wird, aber es bedeutet, dass sich dir Möglichkeiten bieten werden, die wirklich spannend sind und du bereit bist für ein völlig neues Leben. Ja, und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise Beyond angekommen. Wenn du gerne noch mehr über das Thema den eigenen Ruf zu finden wissen möchtest, dann empfehle ich dir die Folge 14 meines Podcasts Welt von Beyond mit dem Titel Karriere vs. Ruf. Dort gehen wir gemeinsam auf einer Reise, um herauszufinden, was der Unterschied ist und woran du erkennst, dass es Zeit ist, deinem Ruf zu folgen. In diesem Sinne, stay magic. Always. Ich möchte dir danken, dass du auch diesmal wieder mit mir aufgebrochen bist zu unserer Reise Beyond und wenn sie dich hat inspirieren können, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt. Und dann würde ich dir gerne noch einen Tipp geben zu einem weiteren Video, was ergänzend richtig spannend sein kann, wie du deine Grenzen schützen kannst. Viel Freude damit und stay magic. Always. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.